Salut et bienvenue bei fit für Franze. Heute zeige ich dir, was du zu den Relativpronomen Suki und Suki wissen musst. Wozu braucht man die und was macht man damit? Du wirst sehen, das ist ganz einfach. Allons-y, los geht's. Im Satz oben bildet Suki das Subjekt des Relativsatzes. Was nervt dich? Der Lärm. Sag mir, was du magst. J'aime la musique. Ich mag Musik. Im zweiten Satz bildet Suki das direkte Objekt des Relativsatzes. Du magst was? La musique. Die Musik. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du Suki oder Suki brauchst, überlege dir einfach die Antwort auf die Frage. Was nervt dich? Der Lärm nervt mich. Subjekt. Du magst was? Ich mag Musik. Objekt. Und noch ein Tipp, wenn du dir nicht sicher bist. Du brauchst im zweiten Satz Suki, weil du schon ein Subjekt im Relativsatz hast, nämlich Tü. Übrigens steht vor Suki und Suki im bestimmenden Relativsatz kein Komma. Das ist im Deutschen anders. Bonat joue avec son Ballon ce qu'il trouve super. Bonat spielt mit seinem Ball, was er toll findet. Ce que bezieht sich hier auf den ganzen Satz. Was findet er toll? Dass er mit seinem Ball spielt. Auch siehst du in diesem Beispiel, dass ce que vor einem Vokal oder einem stummen Haar apostrophiert werden muss. Aber das kennst du bereits vom Relativpronomen Suki wird übrigens nie apostrophiert. Dis-moi ce qui interesse Bonat. Sag mir, was Bonat interessiert. Auch wenn du etwas besonders betonen möchtest, kannst du ce qui und ce que zusammen mit c' und ce sang gebrauchen. Émilie, die Freundin von Louise, möchte nach Paris fahren und erzählt von ihren Plänen. La Tour Eiffel m'interesse beaucoup. Der Eiffelturm interessiert mich sehr. Der Eiffelturm ist Subjekt. Ce qui m'interesse beaucoup, c'est la Tour Eiffel. Was mich besonders interessiert, das ist der Eiffelturm. Was ist Subjekt? Also ce qui. J'aime les cafés à Paris. Ich mag die cafés in Paris. Die cafés sind Objekt. Ce que j'aime à Paris, ce sont les cafés. Was ich in Paris mag, das sind die cafés. Was mag ich? Die cafés. Was ist hier Objekt? Ce que. Emilie pense déjà à ce qu'elle doit préparer pour son voyage. Emilie denkt schon an das, was sie für ihre Reise vorbereiten muss. Pensez à quelque chose, an etwas denken. Elle se rappelle de ce qui est important. Sie erinnert sich an das, was wichtig ist. Se rappeler de quelque chose, sich an etwas erinnern. Bei Verben, die eine Ergänzung mit a oder de haben, steht die Präposition a oder de vor ce qui oder ce que. Auch begegnen dir ce qui und ce que in der indirekten Frage. Leo veut savoir ce qui interesse son copain. Leo will wissen, was seinen Freund interessiert. Leo demande à son copain, ce qu'il aime. Leo fragt seinen Freund, was er mag. Voilà, das war's schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über euren Like. Merci et à bientôt bei FIT für Franze.